Ich bin Mina Tander und das ist Hingehört. Hallo Mina, was machst du hier? Ich bin hier im Tonstudio und nehme das Hörbuch zu Yoga Town auf. Wie gefällt dir die Arbeit im Hörbuchstudio? Sehr gut. Es ist mein erstes Mal so richtig intensiv im Hörbuchstudio und es macht mir großen Spaß. Du hast mit Daniel Speck schon öfter zusammengearbeitet. Was macht seine Art, Geschichten zu erzählen, aus? Ich glaube, dass er sehr episch einerseits erzählt und andererseits sehr persönlich und emotional. Was hat er sich dieses Mal für eine Handlung ausgedacht und welche Rolle sprichst du darin? Dieses Mal geht es nach Indien. Das macht im Übrigen, finde ich, seine Romane auch aus, dass er immer den Leser in fremde Kulturen sehr tief eintauchen lässt. Diesmal geht es nach Indien auf zwei Zeitebenen, einmal in den späten 60er Jahren und einmal im Heute. Und ich spreche die Ich-Erzählerin, die mit ihrem Vater auf die Reise nach Indien geht. Und Daniel spricht die Zeitebene in den 60er Jahren, wo der Vater ein junger Mann war. Und ich weiß nicht, ob ich mehr erzählen darf. Erkennst du dich selbst in Yoga Town wieder? Und wenn nicht, was nimmst du vielleicht aus der Geschichte für dich mit? Also ich erkenne mich insofern wieder, als dass ich Yoga total liebe, dass ich die Beatles total liebe und dass ich auch schon in Indien war und auch schon solche Yoga-Retreat-Erfahrungen gemacht habe. Also ich glaube, der Roman passt wirklich sehr gut zu mir. Danke, Mina. Gerne. Tschüss. Ich riue Stad Metal. Danke, Italy. eter, der M. Tschüss. biases. chuah. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020